Warum hilft Amerika nicht? Warum können Sie denn hier einen Präsidenten? Wer ist nicht der Präsidenten, das ist bloß der Fiese, du Schwachkopf! Nach Berlin schicken Sie doch bloß die zweite Gaben, ne? Sie haben mein Kind noch drüben! Ihr habt es doch verraten, ihr Amerikaner! Mr. President! Ihr Amerikaner! Mr. President! Ihr habt es doch verraten! Mr. President! Ich habe es doch verraten! Sie haben mein Kind noch! Mr. President! Ihr habt das hier alles aufgeschrieben! Mein Kind, der ist noch drüben! Mr. President! Noch mein Kind! Hallo! Das steht hier alles drin! Mein Kind ist drüben! Wo ihr jetzt auf der Straße 27 wohnt war, und hier steht alles drin! Hallo! 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 Mr. President! Hallo! Oh, hey!